Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftsmonator 2013, auf der Tür war es neu zusammen mit Markus, Leberwurscht, Arktik und Nico. Leute, reißt euch einmal zusammen bei der Begrüßung, zum tausendsten Mal jetzt. Könnt ihr bitte Koti-Nuanks bewahren? Oh, der hat der Begrüßung nicht gelacht. Ich weiß nicht, ich werde es die einzigen drei, die gelacht haben. Der Guten hat sich auch zusammengerissen, weil er so schnell geredet hat wie noch nie. Ja genau, das habe ich aber extra gemacht, weil das ist eben voll cool, wenn die Begrüßung so schnell vorüber geht. Da hat man nämlich mehr vom Part und kann mehr erzählen, auch wenn man jetzt, wenn ich so schnell rede, so viel erzählt, dass man jetzt eigentlich schon fertig ist und wir nach 40 Sekunden den Part beenden können. Das hat mich aber an was erinnert und zwar irgendwann in Mega Projekt 2, weil da hast du auch mal so eine Folge so angefangen. Da hat dann einfach irgendwer zu Aufnahmenbeginn direkt mal gesagt, auf das 1, 2, 3 und dann halt Guten kommt vorbei oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, das war Randy. Das kann nur Randy sein oder Saxe. Ich habe keine Ahnung. Randy oder Saxe, ja. Randy oder Tino. Das könnte auch so ein Dennis Spruch gewesen sein. Max oder Moritz. Ja, Hans oder Maritz. Und mich nennt er als Moritz. Den Spruch von Markus werde ich nie vergessen. Hä? Da war halt Max mitgespielt und halt Markus und dann die beiden M's, weißt du? So wie Max und Moritz, sagt er dann drauf. Ja, und dann wie Max und Moritz und dann war Markus ganz enttäuscht. Mich nennt er als Moritz. Das war so genial. Weil der Moritz war ja der Affe im Endeffekt in dem, bei Max und Moritz. Ich habe mir echt drüber nachgedacht, ob das nicht mal irgendwann so eine Jubiläumsfolge wäre. Ja, alles mal durchgucken, alle Highlights raussuchen. Viel Spaß. Aber das ist einfach, das sind einfach 150 Stunden lang Videos gucken. Und die wieder runterladen und dann neu hochladen. Viel Spaß. Das runterladen interessiert nicht. Und das hochladen interessiert mich auch nicht. Aber das Anschauen, das wären wahrscheinlich 150 Stunden Material. Das ist genauso, wie ich gesagt habe, bei Bar 200 DC ein Special machen. Beziehungsweise die besten Szenen rausschneiden oder sowas. Man hätte das direkt machen sollen. Oder du hast, glaube ich, die Idee gehabt. Da habe ich gesagt, ja, wenn, dann soll das einer von der Community machen. Aber nicht ich. Dafür habe ich die Zeit nicht einmal. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich das nicht mal vorgelegt habe. Viel Spaß. Ich meine, es geht hier 150 Stunden. Man muss ja nicht hingucken, nur hinhören. Das ist hier ein ganzer Scheiß, den ich in den letzten Jahren gelabert habe. Du musst einfach 150 Stunden anwesend sein. Das ist das Problem, ja. Und musst 150 Stunden, darfst eigentlich mit keinem sonst im TS oder sonst was quatschen. Du musst einfach 150 Stunden dir die Bads anschauen. 150 Stunden. Das geht doch eh klar. Ich meine, das ist doch unterhaltsam scheinbar. Ja, alles nochmal doppelt. Ja, über ein, über, weiß nicht, eineinhalb Jahre verteilt. 150 Stunden, okay. Aber nicht auf, weiß nicht, du solltest das ja dann relativ bald machen, weil ja bald der nächste Jubiläumspart ist. Ja, bald geht ja schon auf die 500 zu. Ich habe bei LS15 vor, ein Projekt, so wie Twivers, mal ganz durchzuziehen, bis der in LS17 kommt. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht direkt zum Start von LS15 starten, sondern erst ein, zwei Monate später, wenn es eine gescheite Montmap gibt. Ja, man kann immer einen Mapwechsel machen. Ja, mache ich aber irgendwie nicht so gerne. Ich finde das schöner, wenn man auf einer anfängt und auf einer durchzieht. Ja, aber irgendwann ist seine Map auch totgespielt. halt wirklich komplett fertig, alles gekauft, was willst du denn da noch machen? Ja, klar, dann, aber überlege ich mal, ob du was, wenn wir, wirklich auch mit allen Feldern brauchen wir wahrscheinlich noch bis zum Bad 800 oder so. Schätze ich mal. Also ich glaube, ja. Glaube ich nicht, aber. Ja, wenn wir, bitte ich mit, was weiß ich, zweiten Drescher und so weiter, was wir ja auch schon mal gesagt haben. Wir dürfen einfach keinen Scheiß mehr bauen. Wir dürfen nur mehr so. Wir dürfen nur mehr so zweite Anbaugeräte bauen. Wir müssen nur mehr alles investieren in Felder. Und nur mehr Grubbern, Seen. Dreschen, Grubbern, Seen, Dreschen, Grubbern, Seen, Dreschen. Düngen nicht vergessen. Also ich glaube, es ist maximal eingestreut. Ich kann nichts mehr einstreuen. Ah, wunderbar. Ist den nur 200 Jahre baut. Und die Halle ist ja auch maximal voll. Irgendjemand kann gleich mal ein Cerion übernehmen zum Grubbern. Leberwurst, du kannst es ja machen, du bist ja gerade mit Stroh fertig. Wollt dann mal Kalk streuen. Kalk streuen. Wie lange ist es eigentlich her, dass ihr Kalk gestreutet habt? Das ist auch schon mal ein bisschen her, ne? Na, machen wir eigentlich immer wieder. Machen wir eigentlich immer wieder. Weil jetzt ist ja eigentlich die Folge draußen, heute oder gestern, ich weiß es nicht, wo ihr Kalk gemacht habt. Ja, und das sind jetzt gerade 10 Bauts her. Das ist eigentlich gar nichts, okay. Höchstens. Ja, ja, nee, ich hätte es mit dem Kalk streuen müssen. So viel mal dauernd. Ich muss jetzt auch Feld 30 runter, oder? Nein, Feld 30 nicht, weil da bin ich gerade. Ja, aber sonst kann ich nirgendwo so rein, oder? Feld 1. Ah, Grubbern, oh ja. Ich glaube 22, 23. 1, oder ist die 1 schon gemacht? Aber 1 ist gemalt, das wird 7, wenn sie das Stroh schon weghabt. Dann wird doch eher, dann wird so genug gezeigt im Endreif, oder? Wenn es dann nicht mit Robert ist. Ja, genau. Ah, nee, falsch. Nur Frucht sieht man. Gut, dann habe ich dir erlaubt, mich dieses etwas verkrüppelte Stück an Wallen zu entsorgen. Da wirst du noch viele sehen. Nein, du kannst es auch in das Strohkraftwerk bei der BGA reinhauen. Da kann man nur Wallen reinhauen. Aber das ist doch weg, oder? Nein. Nein, das ist noch da. Das wolltest du ja doch da haben. Weil wir kein Gebäude gefunden haben, was den Platz so gut ausfällt. Ja. Ach, ich mag gleich 180. Kannst mich abdanken. Bin zuerst 54% voll aus der Raps. Ich glaube, ich sollte vielleicht erst mal Ballen pressen. Ah, ich glaube, uns fehlt ein Schlepper, dass wir noch was machen können, oder dass du zwischendurch was anderes machen kannst. Ich glaube, der 936 ist noch frei. Ja, und was magst du? Ja, der Ladewagen muss ja auch noch irgendwie befüllt werden. Welcher Ladewagen? Ja, wollte er sich einsammeln? Ja, pressen, Kurt. Pressen. So. Der Ding ist voll. Ah, das stimmt, Stroh ist jetzt voll. Eingestreut ist komplett. Ja, stimmt, das stimmt schon. Die werden alle gepresst. Also könntest du den 936 mit der Presse schnappen? Und ich weiß, wenn Ballen fahren darf. Oder ich kann aufpressen. Ah, du willst den anderen Strohballen gehen auf dem Hänger nicht. Die klitschen. Deswegen würde ich sagen, wir haben kein Geld. Ihr verkauft beide Wagen und holt euch diesen schönen. Den Tieflade. Wenn ihr beide verkauft, habt ihr genug Verkauft. Verkauft. Ist ja auch völlig wurscht. Dann habt ihr genug Geld. Der ist nicht modsteuer. Modsteuer ist nicht. Ich bin leer. Modsteuer. Ich kriege auch alles wahrscheinlich noch rein. Obwohl, modsteuer ist eigentlich auch ein geiler. Das erinnert mich so an die Evermods, die einen Euro gekostet haben. Kannst man eigentlich alle irgendwo hinstellen, ist mir wurscht wo. Ja, warte, ich schätze nicht. Ich habe Pfeile dran, machen nur einen Stützer hoch. Und ich glaube, in den Kühlerrand, in den Feldrand Container müsste eigentlich Kühler auch noch drin sein, weil da habe ich vor Ewigkeit nochmal Erfolg gemacht. Achso, ja, der Johnny steht ja auch noch hier mit dem Anhänger. Der kann sich ja die Condor schnappen. Weil eigentlich brauchen wir eh nur einen Abfahrertraktor jetzt. Meistens. Geht sich eh aus. Ja, außer wenn es ans Glas übergeht. Außerhalb der Halder. Ja, das sind diese doofen Ballen. Ich weiß nicht, wo die hinschauen. Das sind jetzt sowieso nochmal nachher zwei Fälle und das sind gleich in der Nähe vom Hof, wenn ich mich nicht täusche, oder? Warte mal. Das sind nur mehr 13 und 15. Und die 10, oder? Nein. Die 10 ist doch Gras, oder? Ja. Nee, aber das wäre mir zu blöd, den ist Gras, ja. Aber das beiden ist abstehend. Den werde ich demnächst nochmal mähen und dann Ladewagengras zu den Kühnen reinhauen. Und das ist, damit man ein bisschen Gras auf Lager hat. Das ist beides, das ist aber keiner mehr ist, Markus. Also. Ja, dann machen wir keiner mehr, ist ja wurscht. Ich weiß nicht, oder du willst es häckseln. Keine Ahnung, guten. Äh, ich würde sagen, wir machen keiner. Weil wir haben doch eh noch einen, äh... Oben haben wir genug und unten eigentlich auch. Weil dann... Die Begas übrigens bei 70% habe ich gerade eben nochmal geguckt. Dann kann man den Joni wirklich zu, für was anderes nehmen. Weil wir brauchen eh nur einen Anhänger, das reicht vollkommen. Ja, ich fahre gerade die Ballenpresse zum Feld 7. Ja, äh, dann kann ich ja auf die 1, das soll doch draufweizen, ne. Ja, dann kann ich ja schon mal Gerste sehen. Auf Feld 15 wurde bei dem Durchgang, glaube ich, noch nichts gemacht, ne. Hat jemand schon mal in einer Aufnahmesession den Melo komplett leergefahren? Ja. Äh, ja, häufiger. Markus? Der geht schnell leer. Der Kuh war schon weg. Ich glaube sogar schon mehrmals. Ja, ich bin jetzt nämlich auch dran. Hab noch 10 Liter. Es sind erst der 6. oder 7. Part oder sowas. Oder 8. Oder 9. oder sowas. Aber... Keine Ahnung, wie spät wir haben. So, ich... Ähm, Karl... Was, wir haben schon 21 Uhr? Viertel vor 9. Ja, Viertel vor 9. Wir sind schon 2 Stunden am Server. Ja. Halt alles. Dann ist die 7. Folge, weil einmal haben wir eine Viertelstunde circa Pause gehabt. Ja, stimmt. Da musste ich ja Lampen tauschen. Ah ja, das ist mit deiner, ja, Körpergröße. Bist du da natürlich gerne benutzt. Ja. Also ich meine, ich, äh, ich kann so, äh, Neonwöhren kann ich mal, äh, kann ich im Stand, äh, halt wirklich, ne, halt Abdeckung raus und dann, äh, Wöhren raus. Halt, du bist so zu sozusagen bei euch zu Hause die Lampentauschschlampe, wenn ich das so nahe nennen darf. Lampentauschschlampe? Ja, ja, ich bin auch hier vorbei, vom Namen. Duschlampe. Ha, ha, ha. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch wieder nicht. Irgendwie muss man Duschlampe auch mal Vorteil haben. Duschlampe? Die Duschlampe. Ja, das geht jeder. Oh, wie heißt, äh, wie heißt nochmal dieses Ding von Stefan Raab? Dusch. Der Duschkopf. Dusch. Der Duschkopf. Damit sich, damit sich Frauen duschen können, ohne die Haare nass zu machen. Ja, das ist, das ist der Duschkopf, oder was? Ja, das ist ein besonderer Dusch von Stefan Raab. Aha. Der Dusch. Der sieht aus wie, äh, wie ein Bumerang, so ein bisschen halt. Die Idee ist aus wie ein Bumerang. Boah, ich, Gott sei Dank scheu, ich bin nicht so oft, Stefan Raab, das ist eine Erfolgsverblödung. Ja, nee, das ist ein... Was? Na, er ist wohl, steht schon wieder weg. Er friert wahrscheinlich die nächste Lampe hin, dann die Schlampe ist wieder gefragt. Er tauscht jetzt die Monitor-Backlight-LEDs aus. Ich kann auch mit. Er hat einen toten Pickel. Aber gut, wir machen jetzt hier Express-Arbeit. Ja, klar. Hast du dein Mikrofon irgendwie Aussetzer, oder was ist bei deinem Mikro eigentlich? Ja, das hat Arctic oft. Ja, das ist, äh, weil ich, äh, manchmal ein wenig leise bin. Ah. Weil ich, äh, weil ich mich nicht traue, lauter zu sprechen. Weil ich so ein bisschen schüchtern bin. Irgendwie so angstentschlüssend. Ja. Ah, ich hab, ich hab grad erst mal gesucht, wie ich die Presse entstopfen kann. Hingehen? Nee. Musst, wenn du, also wenn du an der Presse bist, du musst im Auto, also im Trasko sitzen. Im Auto, ja. Im Auto. Hast du recht meinen, äh, meinen, äh, A6? Quattro? Ja. Ich hab einen A6-Rodet, Mann. Allroad. Aber Nico, wolltest du uns nicht noch einen bauen, oder wie war das? Ja, aber ich finde kein gescheites Modell. Also, ich hab zumindest schon mal A4-Iroad gefunden. Kein A4, aber A4 ist kein A6. Es gibt nur einen, es gibt nur einen Allroad, und das ist der A6. Es gibt keine A4-Variante vom Allroad. Gibt auch einen A4, Avant. Ja, Avant, aber nicht als, aber nicht als Allroad-Variante. Da gibt's nur einen A6. Das ist ein A4-Quattro, ja. Ganz normal. Ja, aber das ist kein Allroad. Das ist ein Unterschied. Ja, ja, aber es gibt, es gab das zumindest beim 2009er oder so, auch vom A4-Iroad. Das weiß ich. Ja, da haben sich die Leute hinten aufs Auto Allroad drauf, das Pickel draufgegeben, aber das mehr war es nicht. Den gab es. Nein, aber es gibt nur den, das Einzige, was ja beim Allroad ist ja, dass du ja die ganzen Stoßstangen und so weiter auch als Plastik hast. Ja, das mag ich an dem eigentlich nicht. Ja, aber das ist einfach geil, wenn du irgendwo anfährst, beziehungsweise das kostet dann wenigstens. Ja, wann fährst du irgendwo an? Wenn du Offroad fährst, passiert das oft. Und der ist doch auch höher, oder? Ja. Ja, der ist höher und hat halt Inseratverbreiter. Das finde ich wie so, ah, Autos höher legen, das so, ah. Der ist schön gemütlich auf der Autobahn. Der ist schon kühlt so ein bisschen. Dafür brauchst du fünf Liter mehr und bis 50 kmh schneller, äh, langsamer. Das war Blödsinn. Ja, ein bisschen mehr könnte er schon verbrauchen, weil er halt mehr Luftwiderstand hat. Nein, auch nicht, weil er unten der Luft zu unten durchgeht und oben drüber halt. Ach so. Der hat die gleiche Bauform, weil der hat genau die gleichen Luftwiderstand wie der normale. Der wird nur vielleicht ein bisschen kurvenanfälliger sein, also. Ah, komm, wie ist. Und dann höher gelegt. Ah. Ja, aber es geht die Luft hier unten durch. Ja, es war ein Paket und fertig. Mhm. Was ich mich gerade frage, wie lange habt ihr euch mit dem scheiß Ballen abgemüht? Wieso? Meinst du, weil so viele oben liegen, oder was? 20 Räume vielleicht höchstens. Ja, weil jetzt, weiß ich nicht, ist nicht mehr ganz viel Ballen, ne? Ja, das Wichtige war, das Blödeste war ja nicht das Stapeln dort, sondern einfach nur das Hinbringen. Und das hat einfach dort 50 Barts, weil ich einfach bei der guten, dann einmal umkippt hat, den ganzen Anhänger, wo er schon voll war. Dann der Leber hängt einmal an und sie fangen den Springen an. Ach, Quatsch. Ah, ich sag eh nix mehr. Äh, gut. Was soll nix zu sagen? Bist du hier schließlich auf die Minderheit? Ja. Ja, ich sag eh nix mehr. Rücksfront hier. Ach, äh, übrigens, äh, von wegen Minderheit und so. Eine Minderheit an Leuten findet es gut, wenn ich nach 15 Minuten beende. Deshalb beende ich nach 15 Minuten 30. Ciao, Leute. Tschüss. 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 Peace.